Guten Tag, liebe Glasmarte-Kunden. Ich möchte Ihnen heute den GM Railing Uni Online Rechner vorstellen. Dieses webbasierte Angebot von Glasmarte ermöglicht es Ihnen sehr schnell und einfach, komplette Angebote für das Glasgeländersystem GM Railing Uni zu berechnen. Im ersten Schritt Glasmodule des GM Railing Uni Online Rechners werden Sie gebeten, die Angaben zu den Glasmodulen einzugeben. Neben der Glasart, der Glasstärke und dem Glasausstand können hier auch gestalterische Anforderungen an das Glas berücksichtigt werden. Bitte legen Sie die Ausführung des Verbundsicherheitsglases fest, indem Sie den kleinen Kreis vor der Beschreibung des Glases auswählen. In Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Optionen werden unterhalb der Glasart die zur Verfügung stehenden Glasticken angezeigt. Bei VSG aus ESG bis zu einer Glasstärke von 30,8, bei der Auswahl VSG aus Float ist die maximale Glasticke auf 24,2 beschränkt. Den Glasausstand geben Sie bitte in Millimetern an, entsprechend den Vorgaben des verantwortlichen Planers. Bei den folgenden beiden Optionen Glaszuschlag Float Glas Extra Weiß und Folienzuschlag haben Sie die Möglichkeit, die Gestaltung des Glasgeländers festzulegen. Sollte diese reduzierte Auswahl Ihren gestalterischen Vorstellungen nicht genügen, stehen Ihnen unsere Techniker im Innendienst gerne zur Verfügung, um Ihre Vorstellungen zu realisieren. Der GM Railing Uni Online Rechner stellt Ihnen grundsätzlich zwei Vorgehensweisen zur Berechnung des Angebotes zur Verfügung. Die Schnellkalkulation ermittelt den Angebotspreis im Überschlag unter Berücksichtigung der gesamten Glasgeländerlänge und der Anzahl der Glasmodule. Gegebenenfalls notwendige Glasmodule mit einer Sonderlänge können im Rahmen der Schnellkalkulation ebenfalls über die Angabe der Stückzahl berücksichtigt werden. Das selbe Vorgehen ist bei Bedarf auch für schräge Glasgeländer an Treppen und Rampen durchzuführen. Wenn Ihnen bereits eine detaillierte Planung des gewünschten Glasgeländers zur Verfügung steht, können Sie über die Detailkalkulation die benötigten Glasmodule in den exakt benötigten Abmessungen kalkulieren lassen. Auch in der Detailkalkulation erfolgt die Eingabe von geraden und schrägen Glasmodulen getrennt. Die Glasmodule werden mit der Bezeichnung der Position eindeutig bezeichnet. Anschließend wird die Anzahl der benötigten Glasmodule angegeben. Über das Auswahlfeld Typ wird die Ausbildung des Einhängeprofils festgelegt. Entsprechend des gewählten Typs passt sich die Darstellung des Moduls am oberen Seitenrand an. Im letzten Feld geben Sie bitte die Breite des Glasmoduls an. Welcher Wert benötigt wird, ist aus der Darstellung des Glasmoduls ersichtlich. Die Eingaben zu den einzelnen Positionen werden über die Schaltfläche Glasmodul speichern in die unten stehende Tabelle übernommen. In dieser Tabelle sind die wesentlichen Eingabedaten der Glasmodule zur Kontrolle übersichtlich dargestellt. Die Eingabe der geraden Glasmodule wird über die Schaltfläche Glasmodulliste speichern und schließen abgeschlossen. Bei der Detailkalkulation können Sie auch schräge Glasmodule bzw. Treppengeländer mit ihren exakten Abmessungen erfassen. Über die Schaltfläche Glasmodule Parallelogramm Treppe erreichen Sie die entsprechende Eingabemaske. Die Angabe der Position und der benötigten Stückzahl erfolgt wie bei den geraden Glasmodulen. Bei den Treppengeländern werden die Typen links und rechts unterschieden. Die Darstellung des Moduls passt sich entsprechend Ihrer Auswahl an. Im unteren Bereich der Eingabemaske können Sie aus vier Parametern zwei erforderliche Eingaben frei wählen, um die exakte Form des Glasmoduls eindeutig festzulegen. Bitte beachten Sie, dass maximal für zwei Parameter Werte eingegeben werden können. Bei der Eingabe eines weiteren Zahlenwertes wird die älteste Eingabe automatisch gelöscht. Diese Einschränkung ist erforderlich, um die Eingabe sich widersprechender Zahlenwerte zu verhindern. Bei der Eingabe von Werten, die außerhalb unserer Produktionsmöglichkeiten liegen, werden Sie über eine detaillierte, gelb hinterlegte Fehlermeldung auf falsche Eingaben hingewiesen. Ohne eine Korrektur der Eingabe ist ein Speichern des Glasmoduls nicht möglich. Nach dem Speichern des Glasmoduls und der Übernahme in die Datentabelle werden die beiden fehlenden Parameter zu ihrer Kontrolle der Eingaben ergänzt. Die Zuordnung der Bezeichnungen BS, BS-Stern, H6 und Alpha zu den Abmessungen des Glasmoduls sind ebenfalls in der Darstellung des Glasmoduls ersichtlich. Die Eingabe weitere Positionen erfolgt nach dem gleichen Ablauf. Das Abspeichern der einzelnen Positionen sowie der Abschluss der Eingabe erfolgt wie bei den eben vorgestellten geraden Glasmodulen über die Schaltflächen Glasmodul speichern bzw. Glasmodulliste speichern und schließen. Im zweiten Schritt haben Sie die Möglichkeit, die Unterkonstruktion auszuwählen. Im oberen Bereich der Seite sind die einzelnen Schritte des Konfigurators dargestellt. Der aktuell in Bearbeitung befindliche Schritt ist groß und rot hervorgehoben. Direkt darunter sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer bisher ausgewählten Optionen und haben so jederzeit einen schnellen Überblick, zu welcher möglichen technischen Variante Sie ein Angebot bearbeiten. In Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Baureihe passen sich die Darstellungen des Konstruktionsbeispiels und der einzelnen Komponenten an Ihre Auswahl an. Somit ist eine schnelle Kontrolle, ob die richtige Baureihe ausgewählt wurde, sehr einfach möglich. Für das Beispiel wählen wir die Baureihe Unisite aus. In den weiteren Schritten geben wir die benötigten Mengen der einzelnen Komponenten ein. Die hinter den Eingabefeldern stehenden Mengenempfehlungen orientieren sich dabei an Ihren Angaben zur gesamten Geländerlänge. Bitte beachten Sie, dass bei diesen Empfehlungen kein Verschnitt oder sonstige konstruktive Besonderheiten Ihres Bauvorhabens berücksichtigt sind. Diese Angaben können von Ihnen selbstverständlich überschrieben und angepasst werden. Mit dem Auswahlfeld können Sie die Beschichtung der Unterkonstruktion wählen. Für das Beispiel übernehme ich die Mengenempfehlung auf Basis der statischen Anforderungen. Nach Eingabe aller benötigten Werte erreichen Sie über die Schaltfläche Weiter den nächsten Schritt. Im dritten Schritt werden die benötigten Abdeckprofile ausgewählt. Bitte beachten Sie in diesem Schritt die vorausgewählten Einstellungen des GM Railing Uni Online Rechners. Das Abdeckprofil Clips außen und das Abdeckprofil Clips innen sind bereits ausgewählt. Wenn Sie keinen Bedarf an den Standardabdeckprofilen von Glasmarte haben, können Sie die vorausgewählten Abdeckprofile durch ein Anklicken der blauen Häkchen aus Ihrem Angebot streichen. Die Darstellungen der Abdeckprofile werden in diesem Fall ausgeblendet. Nur die bildlich dargestellten Abdeckprofile sind Bestandteil des späteren Angebotes. Der Umgang mit den hinter den Eingabefeldern angegebenen Mengenempfehlungen ist wie im vorherigen Schritt zu handhaben. Die Eingabe D1 bezieht sich auf den unteren Schenkel des Abdeckprofil Clips außen. Dieser Schenkel kann entsprechend den konstruktiven Gegebenheiten an die Gesamtkonstruktion angepasst werden. Als Variante für die äußere Abdeckung des Glasgeländersystems Uni steht Ihnen der Abdeckprofil Clips außen hoch zur Verfügung. Auch dieses Profil können Sie individuell auf Ihre Planung anpassen. Das variable Maß ist mit den möglichen Abmessungen ebenfalls in der Profildarstellung rot hervorgehoben. Bei den oben stehenden, am fertigen Glasgeländer sichtbaren Aluminiumprofilen haben Sie die Möglichkeit, neben den Standardoberflächen von GlasMarte über die Option RAL-Farbton Akzente durch eine farbige Beschichtung zu setzen. Für das Beispiel wähle ich die Oberfläche Natur eloxiert EV1. Beim folgenden Schritt sind wir im Bereich Kantenschutz, Handläufe und Zubehör. Die Auswahl des gewünschten Handlaufs, der damit verbundene Wechsel der Darstellung sowie der Umgang mit der Mengenempfehlung entspricht dem Vorgehen in den bereits durchgeführten Schritten. Im nächsten Bereich sind die benötigten Silikone zur Fertigstellung des Glasgeländers auszuwählen. Es stehen Ihnen Silikone zum Kleben und Dichten zur Auswahl. Ebenso können Sie die Betonschrauben zur Befestigung der Unterkonstruktion am Baukörper auswählen. Die für Ihre Glasgeländerkonstruktion vorgeschlagene Schraubenlänge ist an der Mengenempfehlung hinter dem Eingabefeld erkennbar. Im Schritt Logistik haben Sie die Möglichkeit, unseren Service einer vorgezogenen Lieferung der Unterkonstruktion zu wählen. Im letzten Schritt des GM Railing Uni Online Rechners besteht die Möglichkeit, Informationen zum Bauvorhaben zu hinterlegen. In den Eingabefeldern, Ansprechpartner und Kommissionen können Sie die passenden Daten eintragen. Das darunter sichtbare Adressfeld ist bei einem Zugang mit Ihren firmeneigenen Anmeldeinformationen bereits mit Ihren Daten vorausgefüllt. Ebenso bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine konkrete, von Ihrer Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse zu benennen. Vor der Ausgabe des Angebotes bitten wir Sie, unsere Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Über die Schaltfläche Weiter wird das konkrete Angebot erstellt. Über die Schaltfläche Exportieren und der Bestätigung eine PDF-Datei zu erstellen, wird Ihnen das Angebot zur weiteren Verarbeitung als PDF-Datei ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahlmöglichkeit Detailkalkulation im Schritt-Glas-Modul am Ende des Angebots eine Zusammenstellung der einzelnen Positionen des Glasgeländers ausgegeben wird. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag, Ihr Glas-Modul-Team.